Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Call of Duty Modern Warfare Video. Ich möchte euch den Trailer, der heute rausgekommen ist, kurz zeigen. Da geht drei Minuten. Das ist der Multiplayer Reveal Trailer. Der ist der absolute Hammer. Wer den noch nicht gesehen hat, zieht euch den bitte hier auf meinem Kanal rein. Und mit diesem Video möchte ich natürlich nochmal festigen und sagen, ich bin ein absolutes COD-Kind. Also wenn Call of Duty Modern Warfare rauskommt, könnt ihr mit mir extrem heftigst rechnen. Denn Apex soll natürlich nicht auf der Strecke bleiben, für alle, die wegen Apex auf meinem Kanal sind. Am 12. September gibt es schon die Open Beta für alle, die das Spiel vorbestellt haben. Auch da werde ich versuchen, mit am Start zu sein. Zieht euch den Trailer jetzt bitte komplett rein. Das wäre ultra nice. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den findet. Und ob ihr zum Release bei mir auf dem Kanal mit am Start wärt, das wäre richtig nice. Also lasst einen Daumen für dieses Video da und ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr zukünftigen Call of Duty Modern Warfare Content bei mir nicht verpassen wollt. Das war es von mir. Haut rein. Ciao. Das war es von mir. Das war es von mir. Das war es von mir. TARGET LOCK! Rage, Rage! Rage, Rage! Go, go, go! Riff in your pillow tights Exit, light! Exit, light! I know I need you! Rage, Rage, Rage I know I need you If you don't remember Untertitelung des ZDF für funk, 2017